Auf denn zum elektrischen Potenzial bzw. der elektrischen Spannung gesehen als Potenzialdifferenz. Zu ersten Gleichnis. Wir hatten ja gesagt und wieder meine Bemerkung, achtet hier oben auf die I's, die hier erscheinen. Notfalls geht mit dem Finger beim Handy mal auf den Bildschirm, dann seht ihr hier dieses I bzw. geht mit der Maus hier rein in das gesamte Feld. Dann seht ihr auch das I, da sind weiterführende Links und dieses Video wartet dann. Also nochmal zum Gleichnis. Wir nehmen nochmal Gleichnis potenzielle Energie. Wenn ich einen Gegenstand von einer Platte zum Beispiel so hoch hebe oder so hoch hebe, dann ergibt sich diese Höhe oder diese Höhe oder anders gesagt, es ist eine Höhendifferenz. Dementsprechend je höher, umso mehr ist die potenzielle Energie. Das muss nicht immer geradlinig hochgehoben werden, also wie Hubarbeit, sondern ich kann diese ganze Höhendifferenz auch mal an einer schrägen Rutsche zum Beispiel messen. Haben wir genug Versuche gemacht. Es geht letzten Endes wirklich tatsächlich um die echte Höhendifferenz, wenn wir uns die potenzielle Energie in der Mechanik angucken. Das muss nicht mal so sein, sondern es kann sogar sich um eine Achterbahn handeln. Wichtig ist, das Ding kommt hier an, hat genug Schwung über diesen kleinen Berg zu kommen, nimmt neue Schwung und kommt dann hier wieder an. Also wichtig ist wieder diese Höhendifferenz. Es geht lediglich darum, ich habe hier ISO rangemalt und schwarze Pfeile, komme ich gleich drauf. Wir nehmen uns mal einen Tisch. Ich nehme extra mal einen Tisch mit Beinen und da liegt eine Kugel drauf. Und gegenüber dem Grund, wo der Tisch drauf steht, hat diese Kugel eine gewisse potenzielle Energie. Ist ja auch noch eine gewisse Höhe übrig, bis zum Ganzen runterfallen. Wenn ich diese Kugel jetzt auf dem Tisch verschiebe, hin und her, her und hin, ganz egal, dann bleibt das Potenzial, die potenzielle Energie ja gleich. Also vollkommen egal. Und die Linien, wo das Potenzial tatsächlich gleich bleibt, dazu sagt man ISO, ISO wie gleich, Potentiallinien. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich verschiebe hier diese Kugel nur in der Höhe oder diese hier oben nur in der Höhe, dann sind das auch ISO Potentiallinien. Das gleiche könnte ich hier anmalen oder ich könnte diese Kugel hier, nehmen wir mal an, ich lege hier oben noch ein großes Brett an, irgendeine Bahn und verschiebe die auf gleicher Höhe, dann bleibt das wieder eine ISO Potentiallinie, auch hier. Gut, ich hoffe, bis dahin geht's. Kommen wir zum nächsten Thema. Zum eigentlichen Thema komme ich gleich. Ich muss erst noch was klären. Die Verschiebearbeit, die nötig ist, um Potenzialdifferenzen zu überwinden. In diesem Fall könnte man sagen, es ist eine reine Hubarbeit und hier könnte ich sagen, es ist auch eine Hubarbeit, aber da ich von hier unten den Berg hochschieben muss, ist es eher eine Schubarbeit. Jetzt zum nächsten Bild, was ich vorbereitet habe. In einem elektrischen Feld, guckt nochmal hier auf die Links immer, immer darauf achten, elektrische Felder, Feldlinien und so weiter und so fort. Zwischen zwei Kondensatorplatten zum Beispiel, ich muss mal umschalten, zwischen zwei Kondensatorplatten ist auch eine Verschiebearbeit nötig, wenn ich zum Beispiel gegen die negativ geladene Platte einen negativ geladenen Probekörper hinschieben will. Wichtig ist dabei, wenn ich muss ihn wirklich in Richtung, aber genau in Richtung der negativen Platte schieben, dann ist eine gewisse Wegdifferenz nötig und ich muss dabei wirklich Arbeit leisten. Was ist es aber, wenn ich den Probekörper nur entlang der Platten, egal wo, auch hier oder hier verschieben wollte, das wäre dann wieder ein gleichbleibendes Potential, also ein Isopotential. Genauso ist es, wenn ich eine Probeladung, hier diese lila, gegen eine andere Punktladung verschieben will. Negativ und negativ stößt sich ab und ich versuche den Körper irgendwie, meinetwegen durchaus schräg, sich dieser Punktladung annähern zu lassen, ja dann ist nun mal wieder diese Wegdifferenz da und ich komme in den Bereich dichtere Feldlinien, also ist wieder Verschiebearbeit nötig. Wenn ich diesen Probekörper immer entlang einer gewissen Bahn, die immer den gleichen Abstand hat, zu der Punktladung verschieben möchte, ja dann habe ich wieder eine Isopotential-Linie und dann ist auch keine Arbeit nötig. Das ist gar nicht weiter schlimm. Kehren wir die Sache mal um. Umkehren insofern, ich möchte mal aus der potenziellen Energie endlich mal was Vernünftiges machen. Zum Beispiel, ich lasse meinen Probekörper in der Mechanik runterfallen, dann wandelt sich ja seine potenzielle in kinetische Energie um. Abhängig, wie hoch ich den vorher gehoben habe mittels Hubarbeit. Oder bei der Achterbahn, je höher, umso spannender wird es, umso mehr kinetische Energie hat der Wagen zum Schluss. Es kommt wieder auf die Höhendifferenz an. Jetzt machen wir die Sache mal elektrisch. Ich habe zwei geladene Kondensatorplatten, habe einen Probekörper und sage so, jetzt lasse ich mal los. Dann kann man sich durchaus vorstellen, je stärker das elektrische Feld ist, umso mehr wird das Biest hier rübergezogen. Umso größer ist auch diese Kraft. Genauso ist es, wenn ich, ich lasse jetzt hier mal die Feldlinien um die Punktladung weg, wenn ich eine Probeladung in Gegenwart einer Punktladung habe, dann ist doch diese Kraft, die ihn davon treibt, negativ und negativ stoßen sich ja ab, ist die doch umso größer, je näher ich dran bin. Zweiter Fall, ich habe den Probekörper etwas weiter entfernt positioniert, dann ist diese Kraft schon geringer. Es kommt auf die, auf den Unterschied der Distanzen an. Deswegen habe ich mal Delta D genommen. Müsste einleuchten. Und insofern machen wir jetzt den dritten Schritt. Wir können sagen, dass die Potentialdifferenz, also hier, die Differenz des Potentials von hier bis hier, oder von hier bis hier, oder von hier bis hier, oder nur von hier bis hier, dass die Potentialdifferenz letzten Endes Ausdruck ist, wie doll sich dann diese Probeladung bewegen will. Und dazu sagt man elektrische Spannung. Die wird in Volt angegeben, das Formelzeichen heißt groß U. Und natürlich gibt es dann solche Sachen wie Mikrovolt, Millivolt, Kilovolt, Megavolt. Das ist wie mit Mikrometer, Millimetern und so weiter und so fort. Megameter sagen wir, glaube ich, aber nicht. Nehmen wir die ganze Sache mal bei einem ganz einfachen elektrischen Stromkreis. Ich habe eine Spannungsquelle, U-Quelle, also die hat eine Spannung, eine Potentialdifferenz in sich, in der Quelle. Und ich lege die an einem, ich habe das extra mal übertrieben groß gezeichnet, an einem extrem großen Widerstand an. Der ist schön lang und groß, sodass ich mit zwei Messspitzen und einem Spannungsmesser durchaus hier mal hin und her fahren kann. Dann dürfte klar sein, dass die Potentialdifferenz entsprechend Delta D hier kleiner ist als von hier nach hier. Sprich, von hier nach hier. Das ist elektrischerweise jetzt vollkommen egal. Ich nehme die äußeren Leiter mal als ideale Leiter an. Und dementsprechend kann ich dann auch hier sagen, ich habe hier eine kleinere Spannung, weil ja die Potentialdifferenz nicht so groß ist wie von hier nach hier. Man sagt auch dazu, es fällt eine Spannung ab, nicht wie Abfall von wegschmeißen, sondern die fällt insofern ab, die wird immer kleiner. Über Widerständen fallen Spannungen ab. Logischerweise. Ich muss ja diesen Widerstand nicht so malen, sondern ich kann den Widerstand ja auch aufgeteilt in einzelne Widerstände malen. Aber dazu kommen wir später. Wen das wirklich hart interessiert, also was das Thema angeht, Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen oder Lampen oder, oder, oder. Der soll noch mal diesen Link, den ich hier noch anbringen werde, beachten. Ich hoffe also, dass das Wort Potentialdifferenz und Isopotentiallinien und so weiter und so fort und die Potentialdifferenz als Ausdruck der elektrischen Spannung eigentlich jetzt geklärt sein müsste. Ich wünsche es mir und ich wünsche es euch, dass ihr es verstanden habt und ja, bis später. Tschüss. Hüseyin Musik Ausdruck